Es ist das Außergewöhnliche, was der Welt ihren Wert verleiht. Brandhof, die Fruchtsaftmanufaktur aus dem Mostviertel in Niederösterreich. Ich stehe für Genuss durch höchste Qualität. Die Basis für meine Direktsäfte sind Äpfel und Birnen vom Streuobstwiesen meiner Region. Veredelt mit heimischen oder exotischen Früchten. Von meinen Klassikern wie Apfel, Birne oder Marille, über unsere Beeren wie Himbeere, Holler oder Johannisbeere, bis hin zu unseren Exoten Mango und der außergewöhnlichen Kalamanzi, bieten wir ein breites Angebot für jeden Geschmack. Nachhaltiger und schonender Anbau, fair gehandelte Früchte, die Geduld bis zum Reifen und der perfekte Zeitpunkt der Ernte, machen Brandhof Fruchtsäfte so außergewöhnlich. In unserer Manufaktur produzieren wir kleine Mengen. Perfektion steht dabei an erster Stelle. Zusatzstoffe, Zucker oder Konservierungsmittel finden in meinen Produkten keinen Platz. Allein durch die Kombination der unterschiedlichen Früchte kann sich vollmundiger Geschmack und purer Genuss in jedem Glas entfalten. Die Nähe zu unseren Kunden steht im Zentrum unseres Denkens. Gemeinsam entwickeln wir unsere Produkte weiter, denn Perfektion ist endlos und kann alleine nicht erreicht werden. Mit unseren Neuentwicklungen immer am Puls der Zeit und mitten im Leben. Neue Trends greifen wir auf und entwickeln unsere Produkte weiter. Zwölf verschiedene Sorten erfreuen besonders die gehobene Gastronomie. Für jedes Gericht bieten wir die perfekte Fruchtsafbegleitung. Wir sind ein Familienbetrieb, tief verwurzelt in unserer Heimat dem Ostviertel. Unsere Vision ist es, ein verlässlicher Partner für anspruchsvolle Gastronomen zu sein und mit herausragenden Produkten zu überzeugen. Gemeinsam mit unserem Hang zur Perfektion leben wir diese Philosophie. Es würde mich sehr freuen, Sie persönlich bei einem Glas Brandhoffruchtsaft kennenzulernen.